Der berühmte Häuptling Boanyama konnte viele schöne Frauen sein Eigen nennen. Er liebte sie alle sehr und sie liebten ihren tapferen Häuptling ebenso. Einmal ging er zum Wasser spazieren. Da traf er am Wasser eine schöne Frau. Er fragte sie, wie heißt du denn? Die Frau sagte, ich heiße Anchi. Anchi war noch schöner als seine vielen Frauen zu Hause und der Häuptling war wie von Sinnen. Er sagte zu ihr, ich möchte dich gerne heiraten. Anchi sagte darauf, das ist gut, du kannst mich hier am Wasser abholen. Vorher musst du aber alle deine anderen Frauen fortjagen und ihre Hütten verbrennen. Boanyama kniff die Augen zusammen und sprach, Du bist eine wunderbare Frau, also will ich es tun. Und so ging Boanyama wieder nach Hause. Er warf alle seine Frauen aus ihren Hütten hinaus. Er jagte sie zurück zu ihren Eltern und verbrannte dann ihre Hütten. Danach ging er zurück ans Wasser, um Anchi zu holen. Anchi spielte gerade im Wasser. Sie sagte, hast du alle deine Frauen vertrieben und ihre Hütten verbrannt? Boanyama sagte, sie sind alle weg und ihre Hütten sind alle verbrannt. Daraufhin sprach Anchi, also binde mir ein Seil um den Körper und ziehe mich daran aus dem Wasser heraus. Boanyama war völlig außer sich vor Freude und meinte, ach was, ich trage dich. So wollte er einen Arm Anchis zu fassen kriegen, aber der Arm riss aus. Dann wollte er sie am Bein fassen und aus dem Wasser ziehen, aber auch das Bein riss aus. Boanyama war völlig entsetzt und rannte fort. Er weinte und schrie, nun habe ich alle meine Frauen fortgejagt wegen dieser einen Anchi und diese Anchi ist völlig zerrissen. Ein alter Mann hörte seine Klage und sagte zu ihm, Du warst dumm, Boanyama. Also folge nun meinem Ratschlag. Gehe in jede Familie jeder deiner früheren Frauen. Setze dich dort mit betrübter Miene hin. Wenn man dir etwas zu essen vorsetzt, so rühre es nicht an, sondern starre immer nur zu deiner ehemaligen Frau hinüber. Dann wirst du sie bald wieder bekommen. Aus Mitleid wird man sie dir wieder geben. Wenn die Frauen dann wieder bei dir sind, so beginne zu klagen. Ach, ich bin ja so krank, so schrecklich krank. Ihr wisst gar nicht, wie krank ich bin. Ruf den Doktor und die alten Weisen. Nur die können mir helfen. Dann werden alle eilen, um dir nützlich zu sein, um dich trefflich zu pflegen. Erzähle ihnen aber niemals, was wirklich war. Boanyama schaute auf und sprach, Es ist gut. Dann machte er es genau so, wie der Alte es ihm geraten hatte. Es dauerte sehr lange, aber schließlich kamen alle seine Frauen wirklich zu ihm zurück. Also begann er über seine Krankheiten zu jammern. Die Frauen machten sich dann auf den Weg und eine jede brachte Medizin und gutes Essen aus ihrer eigenen Familie zurück zu Boanyama. Nach einiger Zeit war er wohlgenährt und fett. Er war froh und seine Frauen waren wieder froh. Er war so froh, dass er sich vor Freude eines Abends betrank. Und seinen Frauen im Rauh stand doch sein Erlebnis, mit der Anschi erzählte. Noch am selben Abend liefen alle seine Frauen endgültig fort und kamen nie wieder. Nie wieder teilte eine seiner Frauen das Lager mit ihm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017